Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Erste Liefervereinbarung für grünen Wasserstoff geschlossen. Reportage Die Welt der erneuerbaren Energien hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Eine historische Vereinbarung zur Lieferung von grünem Wasserstoff wurde von mehreren führenden Energiemarkt-Teilnehmern unterzeichnet. Diese Vereinbarung markiert den Beginn einer neuen Ära nachhaltiger Energieversorgung und wird als entscheidender Schritt im globalen Kampf gegen den Klimawandel bewertet. Das Abkommen wurde zwischen dem deutschen Energieunternehmen EON und dem norwegischen Wasserstoffproduzenten NEL ASA unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass NEL ASA bis 2030 jährlich 100.000 Tonnen grünen Wasserstoff an EON liefert. John-Andre Lücke, CEO of NEL ASA, stated We are proud to be part of this revolutionary partnership that will drive the production of green hydrogen on a large scale. This agreement demonstrates our joint commitment to a carbon-free future and the importance of hydrogen as a key technology for the energy transition. Experts believe that this agreement could have far-reaching positive effects. According to a study by the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, large-scale hydrogen-deliveries like these could help significantly reduce the costs of green hydrogen, making it more competitive in various industries. Darüber hinaus dürfte die Vereinbarung auch erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile bringen. Es wird erwartet, dass tausende von neuen Arbeitsplätzen in der Wasserstoffproduktion und den damit verbundenen Bereichen geschaffen werden. Zudem könnte der gesteigerte Einsatz von grünem Wasserstoff zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beitragen, was wiederum die Energiesicherheit erhöhen kann. Auch die Regierung begrüßt diese Entwicklung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommentierte, Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung unserer Klimaziele. Grüner Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle in unserem Plan, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren und unsere Industrie nachhaltiger zu gestalten. Kritiker warnen jedoch, dass die langfristige Erfolgsbilanz dieses Projekts noch abzuwarten sei. Einige Experten heben hervor, dass es immer noch erhebliche Herausforderungen bei der Infrastruktur und den Produktionskapazitäten von grünem Wasserstoff gibt, die gelöst werden müssen, um eine wirkliche Massenanwendung zu ermöglichen. Insgesamt wird die erste Liefervereinbarung für grünen Wasserstoff als positiver und notwendiger Schritt gesehen, um den globalen Wahlenwandel hin zu saubereren Energiequellen zu unterstützen. Die Hoffnung ist, dass durch Partnerschaften wie diese grüner Wasserstoff eine tragende Säule in der globalen Energiearchitektur wird. Autor Anita Farke, Donnerstag, 11. Juli 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheife mit G conservem Frau Nes